Was kann man vegetarisch essen? Was kann man kochen vegetarisch? Und was kann man vegetarisch grillen? Das sind ein paar Fragen, die mir gestellt wurden. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Vegetarisch heißt auf Tiere zu essen zu verzichten, also kein Fleisch und kein Fisch. Wenn man also kein Fleisch und kein Fisch isst, bleibt alles mögliche andere übrig. Also Obst, Gemüse, Salate, Getreide, Hülsenfrüchte und so weiter. In einem weiteren Sinne gehört zum Vegetarismus auch noch Milchprodukte. Im engeren Sinne reine Vegetarier, sogenannte Veganer, nehmen gar keine tierischen Produkte zu sich, auch kein Milch und keine Eier. Also, was kann jemand vegetarisch essen? So viel Verschiedenes. Jetzt angenommen, du hast einen Vegetarier zu Besuch, dann fragst du manchmal, was soll ich vegetarisch kochen? Das geht jetzt ganz einfach. Du könntest einfach Nudeln mit Tomatensoße und Salat und vielleicht ein Gemüse. Das mögen Vegetarier typischerweise ganz gerne. Du könntest theoretisch irgendwelche Fleischersatzprodukte kaufen und diese dann auch braten und grillen. Aber sei vorsichtig, viele Vegetarier wollen keine Ersatzprodukte. Die sind ganz zufrieden, indem sie Nahrungsmittel recht natürlich bekommen. Natürlich, wenn du einen Vegetarier einlädst, dann kannst du ihn ja fragen, was er gerne hätte. So kompliziert ist es nicht. Lass einfach Fleisch, Fisch weg und noch besser Milchprodukte und Eier auch weg und dann gibt es genügend. Also, einfaches Rezept. Nudeln mit Tomatensoße und vielleicht irgendein Gemüse dazu und einen Salat und alles ist gut. Und wenn du willst, kannst du auch etwas Obst dazugeben, ein paar Nüsse und schon ist der Vegetarier ganz zufrieden. Und das kann man vegetarisch grillen. Eventuell willst du eine Grillparty machen und du würdest gerne auch den Vegetarier einladen. Fragst, was der vegetarisch grillen will. Gibt ein kleines Problem. Die meisten Vegetarier haben ein Problem, etwas zu essen auf einem Grill, wo gleichzeitig Fleisch gegrillt wird. Ich selbst würde sowas nicht machen. Ich würde jetzt nichts essen, wenn dort gleichzeitig Fleisch gegrillt wird. Dann brauchst du vielleicht einen zweiten Grill. Gut, andere Frage könnte auch sein, angenommen, du lädst andere ein, du bist Vegetarier, willst ein Grillfest machen. Was könntest du grillen? Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich, inzwischen gibt es jede Menge vegetarische Würste und vegetarische oder vegane Steaks und Filets und so weiter. Die gibt es im Naturkostladen, im Reformhaus, die gibt es in vielen Supermärkten, Veganläden und so weiter. Da gibt es also genügend, was du kaufen kannst und was du grillen kannst. Angenommen, du willst es ganz natürlich machen und keine Fleischersatzprodukte haben, dann kannst du natürlich auch Zucchini grillen, Karotten grillen, du kannst Auberginen grillen, du kannst Stockbrot grillen und Kartoffeln grillen. Oder du kannst auch Tofu grillen, das geht auch alles und sind ganz interessante und wohlschmeckende Sachen. Ja, soweit für heute die Fragen zum Vegetarismus. Wenn du mehr wissen willst über vegetarische Lebensweise, findest du auf unseren Internetseiten viele Anregungen. Du kannst eben auch auf unsere Internetseite gehen und dann eingeben, vegetarisch leben oder vegetarisch kochen, vegetarische Rezepte und so weiter. Und du findest dort eine Fülle von Infomaterial. Und bei Yoga Vidya gibt es ja auch die vier Seminarhäuser in Allgäu, Nordsee, Westerwald und Teutoburger Wald, Bad Meinberg. Und dort gibt es an jedem Wochenende ein Yoga- und Meditation-Einführungsseminar. Und an jedem Sonntag beginnt eine Yoga-Ferienwoche. Und dann gibt es auch einen Vortrag über Vegetarismus, wo du auch Fragen stellen kannst. Bei Yoga Vidya haben wir auch in den Seminarhäusern regelmäßig Kochseminare, wo du mehr lernen kannst über vegetarisch kochen. Wir haben auch Koch-Ausbildungen, vegane Koch-Ausbildungen, Ayurveda-Koch-Ausbildungen und auch Ernährungsberater-Ausbildungen. So findest du noch sehr viel mehr Informationen. Und viele der Yoga Vidya-Stadtzentren haben auch vegetarische Koch-Workshops. Auch das eine gute Weise, mehr zu erfahren, wie du vegetarisch leben kannst. Nochmal unsere Internetseite yoga-vidya.de Vielen Dank.